Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen How-To-Video hier auf diesem Kanal. Danke, dass ihr hingeschaltet habt. Heute ein How-To-Guide oder ein How-To-Cheat-Video zu dem Steam Deck, wie man einen Cheat auf dem Steam Deck ausführt, beziehungsweise wie man dort an die INI-Datei zu der Search rankommt. Da ist ein Zuschauer auf mich zugekommen, hat mich gefragt, hey, wie geht denn das auf dem Steam Deck, beziehungsweise unter Linux, weil da ist es ein bisschen anders. Und das schauen wir uns jetzt zusammen an. Deswegen gehen wir einmal rüber in die andere Ansicht, auf die andere Kamera und dann zeige ich das euch mal. Oh, hier sind wir nun auf unserem Steam Deck. Geht um das Cheat-Video zu The Search, wie man den God-Mode aktiviert. Das hatte ich ja gezeigt für Windows. Wie funktioniert das denn auf dem Steam Deck auf Linux? Da habe ich ihn auch erst recherchieren müssen, weil auf dem Linux geht das natürlich ganz anders als auf dem Windows, beziehungsweise der Pfad ist ein bisschen versteckt. Und da schauen wir uns jetzt zusammen an, wie wir da hinkommen. Dafür müssen wir erstmal aus diesem Game-Mode raus und in den Desktop-Modus wechseln. Im Desktop-Modus angekommen, gehen wir hier unten auf den Ordner, auf den Explorer. Und dann landen wir erstmal hier in der Home-Ansicht. Und hier müssen wir eins aktivieren, das ist so die Standard-Ansicht für euch. Müssen wir hier oben rechts mit den drei Strichen auswählen und gehen hier auf Show Hidden Files. Dann gehen wir hier auf diesen versteckten Ordner, Dot Local, Share, Steam, Steam Apps und dann Compact-Data und dann hier, das sind die ganzen Ordner für die jeweiligen Spiele und für The Search ist der Ordner 378-540. Dann hier in diesen Ordner PFX und dann geht es los. Jetzt haben wir hier ein, nehme ich wieder die originale Windows-Ordner-Struktur, Drive C, dann Users, Steam User, Documents und hier ist der Ordner The Search. Und wenn wir da reingehen, finden wir hier unsere Settings-Innie. Und wenn wir die öffnen, könnt ihr hier sehen, ich habe das hier schon mal eingegeben, Cheats Enabled gleich True. Tragen wir hier ganz normal ganz unten einfach zwei Leerschritte machen, dann diese Zeile eintragen, genauso Cheats an Unterstrich Enabled Leerschritt gleich Leerschritt True. Und dann das Ganze speichern, den Editor schließen und dann ganz normal das Team Deck neu starten. Und schon könnt ihr mit, wie in dem anderen Video beschrieben, das werde ich hier auch nochmal in der Infobox verlinken, könnt ihr da dann ganz normal mit der Tastenkombination den Good Mode aktivieren. Das war es, so einfach, so schnell geht es mit einem kleinen Trick. Wie gesagt, dieser Ordner ist unsichtbar, da muss man einfach nochmal gucken. Ein Pfad habe ich rausgefunden, durch ein bisschen Recherche. Und genau, so kommt man an die Datei ran. Und ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Hier könnt ihr jetzt euch auf meinem Kanal umsehen. Hier gibt es noch eine Playlist und da oben ein Video, das der Algorithmus euch ausgewählt hat. Ihr kennt es ja. Wer den Kanal länger verfolgt, der weiß das. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag, schönen Abend und wir sehen uns beim nächsten Video. Cheerio! Ciao! Vielen Dank.